Ich habe heute mal wieder meine mediterranen Spaghetti mit Garnelen gekocht. Ich zeige euch heute ganz ausführlich in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich die zubereite. Ich benutze Tiefkühlgarnelen. Die habe ich aus dem Tiefkühler rausgeholt und im Wasser eingeweicht, damit sie schön auftauen. In der Zwischenzeit schneide ich Knoblauch klein. Den Knoblauch schneide ich dann ganz klein, indem ich noch mal etwas Thymian und Rosmarin dazugebe und einige Petersilieblätter. Dadurch lässt es sich noch schöner fein schneiden. Dann wird die Petersilie noch klein geschnitten. Die Garnelen werden abgeseiht und in Küchenkrepppapier trocken getupft, damit sie völlig trocken werden. In eine erhitzte Wokpfanne gebe ich jetzt 10 Gramm Olivenöl und dann 10 Gramm Butter dazu. Sobald die Butter geschmolzen ist, gebe ich die Garnelen hinein. Dann werden sie kräftig gesalzen und gepfeffert. Und ich nehme noch etwas Chiliflocken dazu. Das ist ganz nach Belieben. Die Garnelen brate ich da drin und gare oder schmore sie jetzt da 2 Minuten lang. Und von beiden Seiten werden sie schön durchgebraten. Nach 2, spätestens 3 Minuten, sollten die Garnelen wieder rausgenommen werden. Bei mir waren sie jetzt 2 Minuten 30 drin. Ich schalte jetzt aber auch die Herdplatte, also meine Induktionsplatte, auf mittlere Stufe zurück. Und dann gebe ich erneut 10 Gramm Butter in die Wokpfanne. Ist die Butter geschmolzen, gebe ich den Knoblauch hinzu, mit den Kräutern, außer der Petersilie natürlich. Und der Knoblauch sollte bei mittlerer bis schwacher Hitze jetzt für 2 Minuten gebraten werden bzw. geschmort werden. Keinesfalls höher, sonst wird der Knoblauch bitter und auch unbekömmlich. Wenn das Wasser für die Spaghetti kocht, gebe ich jetzt 1 Eseröffel Salz dazu. Und dann verrühre ich das ein wenig, damit sich das Salz leichter auflöst. Nachdem der Knoblauch 2 Minuten bei mittlerer Hitze geschmort hat, kann ich jetzt die Hitze wieder erhöhen. Und dann lösche ich alles mit 100 Milliliter Weißwein ab. Nachdem der Weißwein jetzt am Einreduzieren ist, gebe ich mit Hilfe eines Eierbechers meine 52 cm langen Spaghetti in das kochende Salzwasser. Mit Hilfe des Eierbechers drücke ich die Spaghetti nach und nach bis unter das Wasser. Die langen Spaghetti liebe ich einfach. Ich finde die einfach toll. Die Spaghetti müssen jetzt für ca. 8 Minuten im Falzwasser kochen. Der Weißwein ist bereits seit 2 Minuten am Einreduzieren. Jetzt gebe ich ein Teil meiner Petersilie mit hinein in den Wok. Jetzt gebe ich auch die Garnelen wieder zu dem Weißwein und der Petersilie in den Wok. Jetzt schalte ich die Herdplatte, also Induktionsplatte bei mir, wieder zurück auf mittlere Stufe und gebe ein Stück Butter rein, also die restliche Butter. Wenn die Butter geschmolzen ist, gebe ich jetzt nochmal kräftig Pfeffer dazu und etwas Salz. Salz nach Belieben. Und dann noch etwas Chili-Flocken. Wer möchte, kann sie natürlich weglassen. Nachdem ich die Hitze ja reduziert habe, gebe ich jetzt die Sahne dazu und vermische und verrühre alles ein wenig. Jetzt gebe ich nochmal etwas frische Petersilie dazu und einen Spritzer Zitronensaft rundet das Ganze ab. Die Butter und Schütteln Die Butter und Schütteln Meine Spaghetti waren jetzt 8 Minuten und 30 Sekunden im Wasser, sind jetzt fertig und noch leicht bissfest. Die Spaghetti werden jetzt über ein Abtropfsieb abgeschüttet bzw. das Wasser wird abgeschüttet und dann nochmal gut abtropfen lassen. Und dann kommen die Spaghetti dazu zu den Garnele in die Wokpfanne. Die fertigen Spaghetti werden jetzt in der Wokpfanne nochmal kurz durchgeschwenkt und dann auf einen Teller gegeben und serviert. Wer möchte, kann natürlich auch 2 Kochlöffel dafür benutzen, um die Spaghetti in der Sahnesauce etwas durchzuwischen. Zum Schluss werden die Spaghetti auf dem Teller noch mit der restlichen Petersilie garniert. Sollte dir mein Video und mein Rezept ein klein wenig gefallen haben, würde ich mich über den Daumen nach oben und ein Abo natürlich sehr freuen. Einen Link zu meinem Rezept auf meiner Internetseite findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Mein Rezept gibt es zum Ausdrucken in einer PDF-Version oder HTML-Version. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Tschüß!